beim ersten mal da ist es die premiere beim zweiten mal ist es die wiederholung und beim dritten mal da wird es zur tradition willkommen in der norm klötz ins scheune mein name ist block star und freunde frohe weihnachten wünsche ich euch vom ganzen herzen heute am 24 und nicht schimpfen dass der 24 jahr eigentlich erst heiligabend ist aber hey die amerikaner und engländer sagen ja auch merry christmas also von daher frohe weihnachtszeit und ich weiß ja gar nicht wann ihr dieses video in diesen tagen schaut freunde das intro 123 hat natürlich einen besonderen grund denn immer zu dieser zeit stelle ich euch ein weihnachtliches ein christliches set von kobe vor aus der nativity 10 serie beziehungsweise aus der religious serie zwei davon habe ich euch in den letzten zwei jahren vorgestellt findet ihr hinter mir das x messet und die krippe die auch nachher wieder unter unseren tannenbaum wandert und da fehlt noch ein drittes damit zur tradition wird und diesmal wird es zwar auch christlich aber nicht so wie er denkt denn wir gucken uns heute mal das book of mormon an das buch der monomen nämlich neffi and the broken bow 150 steinchen drei figuren zwei schöne tierchen nämlich einen eber und ein hasen das set 28 023 aus 2016 ich muss gestehen ich weiß gar nichts über die mormonen es hat wohl was mit dem alten testament zu tun kommt mit mir auf den bautisch dann schauen wir uns das mal genauer an was hier drinnen verbirgt und bei der faktenzeit lernen wir beide ihr als zuschauer und ich etwas über die mormonen ja freunde da ist das besondere set neffi and the broken bow also nepi und der gebrochene bogen da sehen wir ihn von kobe hier auf meinen bautisch die 28 023 150 steinchen drei minifiguren nämlich neffi lehi und sarah sowie zwei tiere wir haben ein häschen und ein wildschwein und wir haben die leona das ist keine wurst wird auch nie ja also die hauna gesprass ist diese kugel meine ich lagerfeuer schöne kleine zähne block set bring the book of mormon stories to life ja heute lernen wir ein bisschen was über die mormonen lustig dass kobe hier so ein set hat aus 2015 wir sehen hier auch diesen typischen abgerundeten karton den wir auch kennen bei den nativity scenes also wenn ihr die letzten zwei weihnachten also 2021 und 2020 auf einen kanal verfolgt habt dann habt ihr auch jeweils da ein christliches set gesehen diesmal hat eines aus dem hause der mormonen schauen wir uns die rückseite an da sehen wir eigentlich die zähne noch mal nur ohne diese kante damals aber auch schon logischerweise war polen ein teil der eu hier oben kann man es kennen für mehr informationen ob es die noch gibt auf der webseite von kobe wagen ich zu bezweifeln wir schauen jetzt einmal was sich hier in dem karton verbirgt mit einem kleinen zaubertrick wie es sich gehört bei einer vernünftigen religion wie von zauberhand man könnte fast sagen von göttlicher hand ist hier der inhalt des kartons auf diesen gehext die anleitung freunde klammer gebunden da sehen wir die szenerie typisch kubi anleitung auch damals schon was wir bauen ist farblich was gebaut wird ist ausgegraut wir sehen hier in der umrandung welche steine wir brauchen wir sehen hier auch schon das kann ich euch spoilern dass wir keine baugruppierung tüten haben sondern sieben tüten die liegen hier so wie eine 16 16 der grund platte und wir haben 21 bau selbst bis wir fertig sind wir haben auch hier schon solche legenden zum anlegen damit wir wissen wie lang das teil also die einmal achter einmal vierer einmal zweier teil englisch für die fliese genau ist ich bin echt gespannt das papier fühlt sich ein bisschen anders an und ganz toll finde ich die rückseite denn da sehen wir hier eine krippe die habe ich noch nicht aber ich stelle ja am 24 jedes jahr also dieses jahr letztes jahr und auch das jahr davor immer ein set aus dieser serie von kubi vor also werde ich mir diese hier auch noch besorgen und die archino habe ich auch schon fürs nächstes weihnachtsfest also seit da ich da gewiss da gibt es immer was von mir von kubi finde ich cool dass kubi diese sachen hat und es wird auch dem nächsten mal ein paar kubi shorts geben denn diese figuren habe ich auch quasi christliche sammelfiguren christliche bibelcharaktere die 28 0 28 hier mit dem baby mosef die haben wir moses wie er gerade einer verbahrung kriegt am rosenstrauch oder distance strauch das weiß ich leider nicht mehr goliath josef nur und natürlich könig salomon wirklich interessant könig salomon kennt ihr vielleicht wenn der dürrmatz die physiker gelesen hat dann haben wir ich hier drin noch ein bisserl geschichte zu den hormonen und zu den broken bow das bekommt ihr aber gleich bei den fakten und hier die erwähnte 16 16 der grundplatte sowie die sieben tüten voller toller kobe steine 2016 wurde das hergestellt habe ich euch gesagt auf dem karton in seite sehen wir genau wann nämlich am 12 9 und jetzt freunde mir viel spaß beim bauen und euch viel spaß bei der faktenzeit speed bildzeit ist faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über die kirche jesu christi der heiligen der letzten tage jetzt wundert ihr euch was ich damit eigentlich meine naja das sind die mormonen unter den mormonen versteht man eine religiöse gruppe die den mormonismus lebt dieser ist ein zweig der bewegung der restauratorischen christenheit und wurde von jordis mit in den 18 20 jahren in new york gegründet smith lebte von 1805 bis 1844 laut überlieferung erschienen gott und jesus dem gründer des mormonentums als dieser 14 jahre alt war sein göttlicher auftrag sei die religion wieder im sinne der biblischen lehre auszurichten da die anderen christlichen religionen vom ursprünglichen ziel der heiligen schrift abgefallen seien das buch mormon das heilige buch der mormonen wurde smith auf ähnlich spektakuläre weise übergeben prophet moroni soll ihm in gestalt eines engels erschienen sein und habe ihnen einen stapel goldplatten mit reform ägyptischen schriftzeichen übergeben um die schrift lesen und übersetzen zu können habe er zudem eine spezielle prophetenbrille erhalten heraus kam das buch mormon the book of mormon naja das war wahrscheinlich keine brille von vielmann mit diesen geschichten schadet jesus mit bereits im ersten jahr 280 anhänger um sich und die neu gegründete church of christ innerhalb von zehn jahren wuchs diese kirche auf 17.000 heute gibt es weltweit circa 16 millionen mormonen im jahr 2014 erklärte die mormon kirche offiziell dass mit mit etwa 40 frauen verheiratet war noch heute werden mormonen mit polygamie in verbindung gebracht zentrum der mormonen ist salt lake city in jota 1848 ließen sich die anhänger unter führung von smith hier nieder und machten aus der salzwüste eine blühende landschaft mormonen sehen sich selbst als die wahre christliche kirche dabei hat ihr glaube nach der auffassung der in deutschland staat vertreten katholischen evangelischen kirchen kaum mehr etwas mit dem christlichen glauben gemein zwar beziehen sich sowohl die amtskirchen als auch die mormonen in ihrer theologie vor allem auf die bibel im detail deuten sie die heilige schrift jedoch unterschiedlich und leiten daraus verschiedene schlussfolgerungen ab nach mormonischen glauben kann sich der mensch durch entsprechendes verhalten zu einem höheren göttlichen wesen entwickeln sie leben demnach und nach bestimmten regeln auf dieser anderen seite glauben mormonen dass gott früher als mensch auf der erde gelebt hat ja freunde das waren ein paar fakten zu den mormonen gleich wenn ihr detail fotos bekommt erzähle ich euch im detail die geschichte von neffi and the broken bro also von neffi und den gebrochenen bogen und generell schon mal eine kleine entschuldigung ich spreche die ganze zeit von sarah die liebe dame heißt aber saria das habe ich auf der schachtel nicht so gut lesen können auch ich werde alt egal freunde euch jetzt viel spaß beim review nach 18 minuten ist unser set fertig neffi and the broken bro und der gebrochene bogen der gebrochene bogen der ist hier der hat eine sollbruchstelle da natürlich breche ich den jetzt hier nicht durch denn das hat ist ja nur eine leihgabe von bilden bix punkt de und der zukünftige käufer darf dann selber hier den bogen brechen noch mal viel viel lieben dank dafür quellen und so weiter wie immer unten in der video beschreibung und wenn er drauf schaut denkt an den 15 prozentigen rabattcode blocks da denn dadurch könnt ihr sparen ich kann sparen weil man diesen rabattcode dann immer noch länger benutzen kann also haben wir alle was davon und ich kriege öfter mal so ein set hier zur verfügung gestellt damit ich euch vorstellen kann win 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 das set geht ja auch wieder zurück und dann zu seinen neuen besitzer nach polen glaube ich sogar finde ich ganz gut von polen nach deutschland und wieder zurück nach polen das dazu 18 minuten ich will sie nicht länger reden als der eigentliche bild gebraucht hat wir haben ein paar steinchen über wir haben dieses tolle kleine zelt mit den großen stein form teilen die kennen wir hier das ist etwas fragil wir haben hier das zelt die anleitung zu diesem set zur geschichte mit dem gebrochenen bogen verlinke ich euch unten in der video beschreibung denn ich finde es wirklich interessant wie ich hier mit massiven briggs oder mit standard briggs eigentlich dieses zelt gebaut wurde und wenn ihr mit kubi die rahmen baut und verschiedene themen vielleicht wollte dieses zelt nachbauen natürlich könnt ihr dann die farben variieren und selbst mit anderen steinen kann man dieses zelt gut nachbauen finde ich wirklich cool ja die typischen tollen kubi palmen das zelt ist halt nur hier drauf gesteckt ich lege es mal zur seite wir haben ja auch zwei schöne betten und das wissen wir endlich mal dass kubi nicht zuerst die sandsack formteile hatte nein sondern diese formteile waren mal als kissen gedacht finde ich wirklich cool hier haben wir einen kleinen busch und wie gesagt diese großen plastik formteile die wir auch in ten kennen oder wenn ihr letztes jahr geguckt habt bei mir bis zum vorletztes jahr ich habe es im intro jahr gesagt 1 2 3 da gibt es das in weiß nämlich als schneehaufen ja wir haben tolles lagerfeuer ein goldenes gefäß und zwei hocker bzw hocker dann natürlich hier das tolle zelt schön gebogen hier sieht man quasi die vorhänge den eingang vom zelt von hinten die wedges also wie gesagt massiv gebaut aber irgendwie ganz cool variiert die steine und ihr könnt daraus ein feldlager machen wie ihr wollt wir haben den gebrochenen bogen mit sollbruch stelle ich mache es natürlich nicht kaputt ich habe es euch gesagt das set geht ja wieder zu seinen zukünftigen besitzer zurück und hier haben wir dann sarah wir haben lehi und wir haben nefi hier mit einen heilen bogen tolle bedruckte figuren haben auch alle stirnbänder in so ja in so einer regenbogenfarbe möchte ich mal behaupten da seht ihr alle haben diese stirnbänder bis auf natürlich die sarah also bei der kopf da glaube ich auch sie zu klein wir fühlen druck auch hier toll mit den bad form teil und den langen haaren dann haben wir hier diese kugel diese lia hona diese ja der kompass diese magische kugel und ganz lustig ein häschen wo wir den kopf verdrehen können sogar das häschen kann in verschiedene richtungen gucken wie das hasen hat zu machen und wir haben hier ein wildschwein wo ich echt finde dass das richtig cool aussieht es sieht ein bisschen aus wie pumba wieso vom könig der löwen kubi hatte schon viele lizenzen vielleicht auch irgendwie da mal gehabt oder von madagaskar wo kubi auch lizenzen hat tolles also wirklich selten so ein tolles schweinchen gesehen und dann ja ich habe es euch gesagt ein paar steine über ein tolles lustiges set mal etwas anderes zu weihnachten auch ein christliches thema das schöne ist ja wenn ich solche videos für euch mache ich wusste vorher nix über die mormonen außer dass sie in juta glaube ich ansässig sind und sehr sehr viele es dort gibt in amerika so haben wir alle was davon ihr lernt etwas ich lerne etwas und wir haben spaß und wir lernen noch ein bisschen mehr über kubi und das ist ja auch so was was mir hier an dem kanal so ein bisschen am herzen liegt euch zu zeigen was kubi alles schon hatte jetzt gibt es noch mal ein paar detail fotos und dann noch mal ein paar letzte besinnliche worte von mir nepi und der gebrochene bogen glaubt an gott und er wird dich führen so book of mormon nepi 1 chapter 16 dem propheten lehi wurde von gott geboten seine frau saria und ihre familie in die wildnis zu führen eines morgens fand lehi draußen vor seinem zelt eine messingkugel genannt liahona gott gab es ihnen als leitfaden der funktionieren würde wenn sie ihm treu gläubig und gehorsam wären lefis sohn nefi war auf der jagd nach nahrung doch sein jagdbogen aus stahl brach die anderen familienmitglieder waren wütend und beschwerten sich weil sie dadurch nichts zu essen hatten und hungern mussten nefi beschwerte sich nicht er glaubte daran dass gott ihm helfen würde er fertigte einen neuen bogen aus holz und fragte seinen vater wohin er gehen müsste um nahrung zu finden lehi betete zum herrn und weil er tiefen glauben zeigte wie es die liahona der messingkompass von nefi an wohin er gehen sollte um zu jagen nefi konnte wild für alle besorgen die familie dankte dem himmlischen vater ja freunde da ist das video leider schon zu ende und diesmal besonders spaß gemacht mal ein christliches set das so keiner auf dem schirm hat gerade bei kobe und generell das thema mormon und sowas hat ja auch keine auf den schirm und ich würde euch ein bisschen damit überraschen denn wie heißt es ja so schön auch andere religionen haben schöne propheten oder so ähnlich das habe ich mir gerade ausgedacht freunde ich wünsche euch vom ganzen herzen ein schönes weihnachtsfest beziehungsweise schöne feiertage wir feiern ja das fest der nächsten liebe und ich hoffe dass ihr auch eure nächsten schön lieb und nächsten liebe weitergeht so wie ich es versuche an euch weiterzugeben das ist nicht mit das höchste gut was wir menschen haben und was uns menschen menschlich macht vom ganzen herzen daher alles gute viel liebe bleibt vor allen dingen gesund und wenn ihr mir noch einen gefallen tun wollt so ganz zum schluss das schnöder mammon lasst mir doch gerne ein abo da ein daumen hoch daumen runter je nachdem wird das video gefallen hat und gibt mir vor allen dingen einen kommentar was ihr hier von diesem set haltet das würde ich gerne wissen also haut in die tasten und wenn ihr die glocke drückt natürlich dann kommt nicht der weihnachtsmann sondern dann werdet ihr benachrichtigt wenn es das nächste video gibt ja ich habe es gerade schon gesagt frohe feiertage bleibt gesund auf wieder bauen euer freund der blogs da